Die Herangehensweise an Probleme ist eine andere und auch die Aufteilung im Team ist eine andere. Frauen wollen halt irgendwie, dass es läuft. Die wollen sich nicht profilieren, die wollen, dass es läuft hinterher. Es ist tatsächlich so, wenn man mit Männern und Frauen zusammenarbeitet, kommen die besten Ergebnisse raus. Starke Frauen. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho von Nina Anna Beckmann und Moni Münch. Hallo Nina. Hallo Moni. Na, bist du startklar für unsere dritte Podcast-Folge? Auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, denn die Frau, die heute unser Gast ist, ist ja echt ein Power-Paket. Ja, das stimmt, aber sie legt großen Wert darauf, dass wir sie nicht Power-Frau nennen. Ah ja, richtig. Ich erinnere mich, das hat sie schon im Vorgespräch gesagt. Aber warum das so ist, das muss sie uns schon selbst erklären. Und deshalb erst mal Trommelwirbel für Jutta Herzog aus Stockstadt. Die haben wir nämlich heute bei uns. Ja, wobei Jutta ist bestimmt vielen Leuten schon ein Begriff oder sie haben sie schon mal gesehen auf einem Wahlplakat oder so. Aber wir stellen sie vielleicht trotzdem kurz vor, nicht wahr? Auf jeden Fall. Jutta Herzog ist Kommunalpolitikerin, Landwirtin und Mutter. Das sind also gleich drei echt starke Rollen. Sie sitzt für die Freien Wähler im Stockstädter Gemeinderat und im Kreistag. Und sie ist Chefin vom Auhof in Stockstadt. Ja, und vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir uns im Gespräch duzen, weil wir uns alle kennen. Das stimmt. Also das ging leider nicht anders. Jutta und ich, wir waren schon zusammen im Kinderchor. Und du kennst sie, glaube ich, auch über Freunde schon. Aber trotzdem, also ich kann für mich sagen, so wie in unserem Podcastgespräch habe ich die Jutta noch nie kennengelernt. Ja, ich auch nicht. Aber Themen wie Mental Load oder Geschlechterquote im Gemeinderat sind ja jetzt auch nicht gerade so Smalltalk-tauglich beim Frühstück. Das stimmt. Das stimmt. Wir reden auch nicht nur über solche Themen, aber ich würde sagen, Nina, wir legen einfach los, oder? Ja. Hallo Jutta, schön, dass du hier zu uns ins Mein-Ich-Hur gekommen bist und dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gern gekommen. Schön, bei euch zu sein. Danke. Lasst uns doch einfach direkt einsteigen in unser Gespräch. Und zwar stellen wir in jedem dieser Podcasts die gleichen drei Fragen den Frauen, die zu uns kommen. Und ich würde gleich mal anfangen. Jutta, kannst du uns drei Eigenschaften nennen, die für dich eine starke Frau ausmachen? Ja, selbstverständlich. Es gibt ja viel, viel mehr Eigenschaften, die starke Frauen ausmachen, weil es gibt halt wirklich Milliarden starke Frauen auf der Welt. Aber was für mich jetzt persönlich eine starke Frau ausmacht, ist, dass sie selber genau weiß, wer sie ist und wo sie steht und was sie kann. Und dass sie einen Wert hat, der eigentlich unveräußerlich ist für alle Menschen. Aber dass sie so ein Standing hat, dass ihr keine wegnehmen kann. Dass sie auf Angriffe von außen einfach sehr souverän reagieren kann. Dann eine Eigenschaft, ja, dass sie die Fähigkeit hat, Netzwerke zu knüpfen mit anderen Frauen. Und mit anderen Menschen, mit allen Menschen prinzipiell. Aber dass sie netzwerkfähig ist. Es muss jetzt nicht dasselbe sein wie Teamfähigkeit, weil teamfähig bin ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Aber so Netzwerke und neidloses Miteinander finde ich eine gute Eigenschaft für eine starke Frau. Und man muss ziemlich schmerzfrei sein. Also man muss was abkönnen, man muss einstecken können, vor allem wenn man auch gern austeilt. Aber einstecken können ist schon eine gute Eigenschaft. Man muss tatsächlich, es muss einem ziemlich viel schon ziemlich egal sein. Dann klappt es ganz gut. Mir zum Beispiel ist mittlerweile ziemlich viel, ziemlich egal, was jetzt Angriffe angeht. Wenn es jetzt nicht auf persönliche Ebene geht oder wenn es jetzt meine Kinder betrifft oder irgendwie existenziell wird. So persönliche Angriffe machen mir jetzt nicht mehr so viel aus. Und die drei Eigenschaften, mit denen kommt man eigentlich ganz gut durch. Klingt ein bisschen so, als ob du schon einiges erlebt hast, worüber wir jetzt hier dann auch sprechen können. Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber natürlich. Ich bin 45 Jahre alt und das steht schon gefühlt seit 25 Jahren in der Öffentlichkeit. Und klar gibt es da dann und wann mal einen Angriff. Das ist nie schlimm, das macht einen stärker. Aber am Anfang, so in jüngeren Jahren hat es mir mehr ausgemacht als jetzt. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Was genau brauchst du, um stark zu sein? Also was bestimmt alle sagen und was natürlich auch wirklich stimmt, ist, dass man ein stabiles Umfeld hat. Dass die Familie hinter einem steht, dass man Freunde hat und Kollegen hat, auf die man sich echt verlassen kann. Was für mich noch ganz wichtig ist, dass man so ein Ziel hat oder eine Mission, eine Leidenschaft, für die man also wirklich jeden Tag aufsteht und sagt, so dafür kämpfe ich jetzt oder dafür stehe ich gerade. Das hilft mir schon sehr. Und was für mich existenziell ist, tatsächlich die Selbstbestimmung. Ich persönlich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Ich muss weder im privaten Umfeld noch beruflich irgendjemandem was abliefern. Das muss ich immer nur mir gegenüber. Und so die totale Selbstbestimmung, das ist so ein Privileg und dafür habe ich so gekämpft. Und dafür muss ich auch echt viel opfern, aber das ist es mir tatsächlich wert. Also die Freiheit. Große Freiheit. Eigentlich bin ich ja jetzt mit der dritten Frage dran, aber ich muss kurz mal nachhaken. Was ist das eine, wofür du jeden Morgen aufstehst? Die Mission würde mich auch interessieren. Meine Mission ist, alles was ich anfange, will ich so gut machen, wie ich es kann. Also ich habe ja viele Missionen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich habe viele Funktionen. Das kommt einfach aus meinem Umfeld heraus und auch aus meiner beruflichen Tätigkeit. Aber mein Ziel ist einfach, das so gut zu machen, dass ich abends sagen kann, okay, ich bin jetzt stolz und zufrieden mit mir. Nicht auf alles, weil man macht ständig Fehler. Man macht ja nur gelegentlich was richtig, aber dass ich einfach mit voller Kraft losgehen kann und kann tatsächlich auch was für die Gesellschaft bewegen, was für meine Kinder bewegen, dass sich einfach die ganze Sache nach vorne bewegt. Das ganze Umwelt, in dem ich mich bewege, ich will es einfach positiv beeinflussen, das gelingt mal gut und mal schlecht. Aber ich bin eigentlich immer so diejenige, die losrennt und erst mal macht. Was du genau machst, darauf kommen wir gleich, aber jetzt erst noch die letzte unserer drei Fragen. Wann wirst du schwach, Jutta? Ja, das ist eine schöne Frage. Danke für diese Frage. Also da gibt es auch tausend Antworten, aber was mich jetzt persönlich schwach macht, ist wirklich, wenn ich merke, mein Körper schwächelt. Das ist ja klar. Also ich bin vollkommen drauf, ich verlasse mich vollkommen drauf, dass mein Körper funktioniert. Perfekt, da bin ich tatsächlich privilegiert dahingehend, dass ich nicht krank bin bis jetzt und dass alles reibungslos funktioniert. Wenn echt mal irgendwas zwickt oder ich habe irgendwo Schmerzen oder eine körperliche Beeinträchtigung, das bringt mich in den Wahnsinn. Also das ist wie, wenn jemand zwei Schritte zu langsam vor mir herläuft. Das macht mich irre. Das ist viel schlimmer, als wenn ich ganz schnell vorne wegrennen kann. Also so dieses Gebremstwerden ist ganz furchtbar und wenn der Körper schwächelt, ist ganz schlimm. Ich arbeite auch körperlich, muss man dazu sagen. Gibt es noch mehr Dinge, die dich schwach machen? Weil wir waren ja vielleicht noch gar nicht am Ende dieser Frage. Wenn ihr mich fragt, was mich schwach macht, dann ist es tatsächlich auch die Sabotage, die manchmal Frauen entgegenschlägt. Das können kleine Sachen sein, es können aber auch ganz fiese Anschuldigungen sein, gegen die man sich schlecht wehren kann. Als Frau ist man schon tatsächlich eine Zielscheibe für die unterschiedlichsten Anschuldigungen. Also diese Sabotagen sind nicht so schön. Das habe ich immer auch schon mal im Kreistag oder in etlichen Gremien miterlebt. Dass wenn eine Frau anfängt, das Wort zu ergreifen, das im Hintergrund gemurmelt wird oder leicht gekichert wird oder irgendwie das Wort nicht so viel Gewicht hat. Nicht, weil es irgendwie nicht wahr ist, was die Frau sagt, sondern weil man einfach das so abwerten will. Das ist tatsächlich was, ich lese gerade ein Buch, da geht es um den Bundestag und da steht genau das gleiche über Frauen im Bundestag. Also das ist egal, in welchem Parlament man ist, Kommunalpolitik oder bis hoch auf die Bundesebene, dass das passiert. Wenn Frauen am Mikrofon stehen oder das Wort ergreifen, wird weniger zugehört. Das ist eigentlich krass, dass es heute noch der Fall ist. Ich glaube auch gar nicht, dass es vielleicht, es ist gar nicht absichtlich. Ist das auch im Gemeinderat? Das war früher, als ich noch jünger war, schon so. Aber jetzt, wo ich tatsächlich Erfahrung habe und doch mehr Standing habe, passiert es nicht mehr so. Aber es darf ja nicht nur alten Frauen zugehört werden. Was mich noch wirklich schwach macht oder was mich so zweifeln lässt, ist, wenn gefühlt sich alles rückwärts bewegt. Also wir kämpfen ja immer vorwärts für Gleichberechtigung von Frauen und für gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen. Und für eine freie Gesellschaft und für Demokratie und einfach für das Gute, Wahre und Schöne, sage ich jetzt mal. Und wenn sich jetzt so gefühlt alles rückwärts bewegt, obwohl man ja selbst mit aller Kraft nach vorne kämpft, dann macht mich das schwach. Also dieses rückwärtsgewandte Frauenbild beispielsweise in Afghanistan jetzt. Da heißt es, okay Mädchen, ihr verhüllt euch jetzt, dürft nicht mehr in die Schule gehen. Oder jetzt, was in den USA passiert. Das ist ja ganz furchtbar, dass die Selbstbestimmung der Frau einfach derart beschnitten wird, dass sie sich mit aller Kraft wehren müssen und es hoffentlich auch hinbekommen. Oder in der Ukraine, dass es Massenvergewaltigung gibt, einfach um eine Demütigung herbeizuführen. Und wenn man sieht, okay, sowas findet statt. Dass, wenn sich die Sachen rückwärts bewegen, für die man absolut nicht steht und man selber kann so wenig machen. Dass man so machtlos ist, das habe ich auch gerade gedacht. Man kann nichts machen. Ja, und das steht dem ganzen Sein, was man selber so will, entgegen. Und dann hat man auch Angst um seine Kinder, um die nächste Generation, um all die Töchter, die da rumlaufen, die so viel Potenzial haben. Und prinzipiell können wir jetzt wenig tun. Es muss jeder auf seinem Posten einfach sein und weiter kämpfen. Wobei, also sowas wie dieser Podcast hier, ich meine, wir werden die Welt nicht retten oder groß verändern. Aber wir wollen natürlich auch so ein kleines Zeichen setzen, drüber sprechen, wo stehen Frauen, was können Frauen bewegen, was leisten Frauen, um da einfach auch ein kleines Gegengewicht zu setzen. Ich meine, wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Wir haben hier auch Parteien im Bundestag oder speziell eine Partei im Bundestag, die auch Rückschritte für die Gleichstellung der Frau bedeutet. Ja, absolut. Die hatte ich auch sofort im Kopf. Also wenn es Kräfte gibt, tatsächlich die Frauen zurück an den Herd schicken wollen. Das ist schon was, wofür wir also auch konkret auch in der Politik kämpfen können. Dadurch, dass wir einfach einen guten Job machen, dass extremistische Kräfte einfach nicht an die Macht kommen können. Das wäre schön, wenn wir wenigstens das erreichen können, was jetzt tatsächlich in unserer Macht liegt. Ist das einer der Gründe, warum du in der Politik aktiv bist? Die extremistischen Kräfte aufzuhalten. Nein, dass du selbst was bewegen kannst. Ja, unbedingt, natürlich. Also das ist, warum ich in der Politik bin, ist prinzipiell meine absolute Überzeugung, dass die Demokratie wirklich das beste System ist, das wir haben können. Das ist, das hakt manchmal auch und ist ein bisschen schwerfällig, aber Demokratie lebt ja von der Vielfalt. Und als ich in die Politik gegangen bin, gab es noch keine Vielfalt. Da ist schon, weiß nicht, ist erst 15 Jahre her, aber beispielsweise bei uns im Gemeinderat, da waren sehr eloquente Herren, ältere Herren im Gemeinderat wirklich zu Hauf. Was total gut ist, die gehören ja zur Gesellschaft, aber es kamen tatsächlich keine jungen Frauen vor und Mütter so gut wie keine. Es kamen keine Jugendlichen vor und deswegen denke ich, wenn die Menschen am Tisch sitzen, die es betrifft, wird auch immer anders gesprochen. Also wenn eine Frau mit am Tisch sitzt, wird anders über Frauen gesprochen. Wenn Jugendliche am Tisch sitzen, wird anders über Jugendliche gesprochen. Oder wenn jemand mit der körperlichen Beeinträchtigung da ist, dann will man auch dem natürlich gerecht werden. Das ist vollkommen klar. Und dafür bin ich eigentlich da reingegangen. Es gab zu der Zeit auch tatsächlich keine junge Frau, die das gemacht hätte. Und ja, mein beruflicher Kontext ist natürlich auch wichtig. Wenn man tatsächlich auf seine Heimat aufpassen will, dadurch, dass man Landwirtin geworden ist und fest verwurzelt ist, will man natürlich auf seine Heimat aufpassen. Das muss man als Graswurzelbewegung dann auch wahrnehmen. Wenn man nicht im Gremium sitzt, hat man nichts zu sagen. Das ist so. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich wollte gerade sagen, wir müssen erst mal kurz sagen, was du alles machst. Also du sitzt in Stockstadt im Gemeinderat. Und bist dritte Bürgermeisterin. Wie lange bist du das jetzt schon? Acht Jahre. Achso, okay. Ich habe jetzt fast gedacht, es wäre noch länger, ne? Nee, es sind jetzt 14 Jahre, dass ich im Gemeinderat bin. Dann, genau, zu Anfang war ich ja zweite Bürgermeisterin und dann dritte. Ich bin in den Kreistag gewählt worden, genau. Für die Freien Wähler? Für die Freien Wähler, richtig. Und ich bin, ja, Landwirtin und bin examinierte Krankenschwester. Stimmt, als wir uns kennengelernt haben, da bist du gerade Krankenschwester geworden. Ja, krass, das hatte ich schon fast vergessen hier. Von der Krankenschwester zur Landwirtin, das ist auch spannend. Und Kommunalpolitikerin. Und Mutter, Mutter, nicht zu vergessen. Auch dies, auch dies. Von wie vielen Kindern? Drei. Drei. Drei wundervolle Kinder. Starke Frauen gibt es viele und in ganz unterschiedlichen Rollen. Wir wollen solche Frauen vorstellen und freuen uns über Vorschläge. Wer eine starke Frau in Aschaffenburg oder im Kreis Aschaffenburg kennt, die wir unbedingt ans Mikro holen sollten, oder wer vielleicht auch selbst sagt, ich habe jede Menge zu erzählen und ich würde gerne dabei sein, der oder die kann sich sehr gerne bei uns melden. Am besten per E-Mail an podcast.mein-echo.de. Wir haben jetzt einiges gehört, was du machst. Also du bist Politikerin, du bist Landwirtin. Inzwischen arbeitest du als Landwirtin, bist du selbstständige Landwirtin? Genau, ich bin Agrarbetriebswirtin. Ich habe so eine Fortbildung gemacht an der TH in Darmstadt. Und ja, bin auch Prüferin für landwirtschaftliche Berufe. Ich bin in der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, habe da so einen internationalen Preis bekommen, tatsächlich für die Repräsentierung der weiblichen Landwirtschaft. Das nehme ich auch immer noch sehr ernst. Es ist schon eine Weile her, dass ich das bekommen habe, aber das hat man mir damals zugebilligt, weil ich halt schon damals in der Öffentlichkeit schon stand und versuche jetzt im Bayerischen Bauernverband auch mitzuwirken, soweit es die Zeit erlaubt. Ich glaube, wir können das sagen, ohne hier groß Werbung zu machen. Du bist Chefin vom Auhof in Stockstadt. Was genau, also welchen Teil der Landwirtschaft macht ihr da? Ja, also wir haben drei Felder, in denen wir aktiv sind. Wir haben eine Ökolandwirtschaft, also Ökolandbau. In Stockstadt gibt es nicht unbedingt ganz viele Flächen, aber das haben wir auf Ökolandwirtschaft umgestellt, gerade auch um dieses Naherholungsgebiet Gersprinzau ein bisschen aufzuwerten. Dann habe ich einen Hofladen und einen Lieferservice für landwirtschaftliche Produkte. Und wir haben noch eine Dammwildhaltung und eine kleine Pferdehaltung für Pensionspferde. Jetzt möchte ich aber kurz noch mal dazwischen fragen. Du bist gelernte Krankenschwester. Warum bist du jetzt Landwirtin? Also wie kam das? Ja, also Krankenschwester ist schon meine Mission gewesen. Das war mein Beruf, den ich mir ausgesucht hatte, weil die Empfehlung immer war, lern doch bitte erst mal was Gescheites, bevor du irgendwie in die Landwirtschaft gehst, weil das halt ein sehr unsicheres Feld ist. Man hat ganz viele Risikofaktoren. Und das war tatsächlich das, was ich mir selbst zugebilligt habe, das mal zu machen, was ich wirklich gerne will. Und das habe ich furchtbar, furchtbar gerne gemacht. Ich habe im Klinikum gelernt bei der Schwester Rosemarie, die ja leider mittlerweile verstorben ist. Und das war im Prinzip mein Traumberuf. Den habe ich gerne gemacht. Und dann war natürlich die familiäre Situation so, ich habe eine Schwester und ich als ältere Schwester. Und wir hatten uns natürlich früh schon überlegt, wer führt die Tradition weiter. Man kann ja so Traditionen, die von den Großeltern schon kommen, nicht einfach wegwerfen. Auf jeden Fall nicht ohne, dass man den totalen Groll hegt gegen die Landwirtschaft. Und dann haben wir beide landwirtschaftliche Berufe gelernt. Sie Gärtnerin, dann hat sie studiert, ist die Diplom Agrarbetriebswirtin. Und ich bin Landwirtin geworden und Agrarbetriebswirtin. Und sie arbeitet mittlerweile in der Schweiz für so ein Forschungsunternehmen. Und ich bin in Stockstadt geblieben. Das heißt, es ist der elterliche Betrieb. Das ist der Elter, genau. Es gibt deine Eltern und Großeltern auch noch. Genau. Es wäre vermutlich anders gelaufen, hätte ich einen Bruder gehabt, der wahrscheinlich in der Generation noch darauf gedrängt worden wäre, diese ganze Sache zu übernehmen. Aber so waren wir halt eine weibliche Generation. Und da gab es eigentlich keine Frage. Wir lernen jetzt nicht Hauswirtschaft oder sonst irgendwas, sondern wir lernen tatsächlich die Landwirtschaft und passen hier auf unsere Heimat auf. Das war uns auch wirklich von Anfang an beiden sehr, sehr wichtig. Und hast du dem gelernten Beruf, also dem Krankenschwester sein, nachgetrauert, als du dann den Hof übernommen hast? Ja, ein bisschen schon, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe das wirklich gern gemacht und hätte es gern noch ein bisschen länger gemacht. Aber ich wollte halt auch nicht mit 30 Jahren dann in die Berufsschule gehen, mit den 18-Jährigen. Das kam mir dann schon so vor, dass ich viel, viel lernen will, solange ich noch sehr, sehr aufnahmefähig bin. Und habe den Beruf dann tatsächlich auch noch zu 25 Prozent eine Zeit lang weitergeführt, immer so Wochenenddienste gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, das übersteigt meine Kräfte. Und jetzt müssen wir uns das wirklich so vorstellen. Du sitzt auf dem Traktor oder was genau machst du da? Also du bist ja wahrscheinlich dann auch Chefin dann auch, ne? Ja, also wir sind schon ein Team. Also mein Vater macht den landwirtschaftlichen Teil. Wir haben den Betrieb ein bisschen aufgeteilt. Macht den landwirtschaftlichen Teil. Er hat jetzt quasi, er hat schon sein Alter, aber er ist unglaublich gerne Landwirt. Und in den Arbeitsspitzen sitze ich dann natürlich auch mit auf dem Traktor und kann das Ganze dann peu a peu übernehmen, wenn es erforderlich ist. Aber mein Ding ist prinzipiell dieser Hofladen. Den führe ich sehr gerne, um dann auch diese regionale Kreislaufwirtschaft irgendwie ein bisschen nicht zu fördern. Aber mir ist es wichtig, dass Menschen im Ort einfach einen Platz haben, wo sie einkaufen können, Sachen aus der Region kriegen, die keine weiten Wege zurücklegen. Das ist so mein Ding. Ich habe noch einen Lieferservice, den betreue ich auch selbst. Und die Dammwildhaltung, das machen wir jetzt zusammen. Okay. Ja. Aber so bin ich halt flexibel. Ich bin sehr flexibel. Ich kann tatsächlich zu Hause arbeiten. Ich habe die ganze Zeit Kinder mitbetreuen können. und ich kann auch mal eine Waschmaschine Wäsche waschen zwischendrin und so. Das ist halt, das fließt so eins ins andere, was natürlich dazu führt, dass man keinerlei Freizeit hat. Aber man hat hinterher dann alles geschafft. Und es ist so ein rundes Ding. Wir sind in einer Großfamilie. Meine Kinder hatten tatsächlich den Luxus, dass sie ihre Uroma noch ganz lange erleben konnten. Wir teilen uns die hauswirtschaftlichen Aufgaben. Es ist einfach so ein landwirtschaftliches Ding. Und das ist gut so. Das ist schön. Und weil du riesengroße Langeweile hattest, bist du dann noch in die Politik gegangen. Ja, das war wirklich, das hätte ich mir vielleicht besser überlegt sollen. Ja, wie kam es dazu? Es war damals ein Bürgermeisterwechsel angestanden. Der Lothar Schaffrath hatte aufgehört und der Peter Wolf wollte antreten und hat mich tatsächlich gefragt. Und ich habe mir gedacht, aus den Gründen, die ich vorhin genannt hatte, es wäre schon wichtig, dass junge Mütter auch im Rat sitzen und dachte, okay, ich mache das jetzt. Du hast es vorhin gesagt, wenn da jetzt auch Mütter sitzen oder Frauen sitzen am Tisch, dann wird das Ergebnis anders. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, den muss man sich viel öfter bewusst machen. Die Leute, die am Tisch sitzen, entscheiden, wie am Ende die Lebenswirklichkeit auch in ihrer Gemeinde aussieht. Und ich glaube, dann sind einfach nicht nur die Bedürfnisse von jungen Müttern zum Beispiel beachtet, sondern es ist einfach für alle besser, wenn mehr verschiedene Meinungen am Tisch sitzen. Absolut. Die Zufriedenheit steigt auch. Es gibt so gut wie niemanden, der sagt, ich werde nicht vertreten. Oder ich habe niemanden, der mich versteht in diesem Rat. Sondern es findet sich mittlerweile, glaube ich, so ziemlich jeder wieder. Und das ist sehr, sehr gut so. Also in Stockstadt machen wir, glaube ich, einen guten Job. Wir haben, wie gesagt, keine extremen Kräfte bis jetzt. Ich klopfe auf. Weil wir alle Komponenten der Lebenswirklichkeit irgendwie abbilden können. Also ich hoffe, dass ich das einfach in fünf Jahren auch noch so sagen kann. Aber ich arbeite dran. Trotzdem mal gefragt, wie viele Frauen sitzen im Stockstädter Gemeinderat? Also wir sind zu fünft und tatsächlich bin ich in meinem fortgeschrittenen Alter trotzdem immer noch die Jüngste. Fünf von 16 oder wie viel sind es? 20. 20, okay. Das hängt ja von der Größe der Gemeinde an. Alles wundervolle Kolleginnen, muss ich da dazu sagen. Ja, aber du bist mit 45 die Jüngste. Heißt, du fändest schon gut, wenn auch jüngere Frauen im Gremium säßen. Unbedingt. Das würde ich sehr begrüßen. Weil unsere Auffassung der Dinge ändert sich ja auch mit fortschreitendem Alter. Aber im Gemeinderat zu sitzen ist schon auch eine Aufgabe und bisweilen bestimmt auch eine Prüfung, oder? Ja, es macht sehr häufig Spaß und auch häufig keinen. Aber es kommt ja nicht darauf an, dass es Spaß macht. Also es muss gemacht werden. Fällig. Ich wollte dich jetzt hier nicht aufs Glatteis führen. Ich denke immer nur so von, also ich gehe halt immer von mir aus und denke mir so, boah, also wer, wir als Journalisten kriegen das ja mit. Wir sitzen ja auch in diesen Gemeinderatmen. Viele Leute da draußen waren ja wahrscheinlich noch nie in so einer Sitzung. Es sind viele Themen, wo ich mir denke, oh, das wäre jetzt für meinen Feierabend vielleicht nicht das erste Thema. Es sind lange Sitzungen, es ist ein Ehrenamt. Du kriegst eine Aufwandsentschädigung, aber verdienst kein großes Geld damit. Also es ist ein Ehrenamt. Und? Was du in deiner Freizeit ausübst. Ja, sicher. Und du hast so Themen wie Kanalsanierung und Friedhofssanierung und also so Themen, die halt einfach auch irgendwie sperrig sind, ne? Ja, das sind aber halt die Basics. Also es gibt ja so viele Leute, die sich jetzt wirklich nur für ein Thema einsetzen und da dann Aktivisten sind. Was sehr schön ist, aber so das Basiskonstrukt von unserer Demokratie muss sich halt mit allen Themen dann befassen und da müssen dann auch Leute sitzen und da sitzt man dann und spricht über Dinge, von denen man vielleicht keine Ahnung hat oder die einen jetzt auch nicht mehr, nicht so interessieren, aber man muss sich einlesen und es so gut entscheiden, wie es ihm geht. Jetzt sind bis auf das Muttersein deine beiden Jobs, ich sage jetzt auch mal zu dem ehrenamtlichen Job, beides Bereiche, die eigentlich Männer dominiert sind. Also Gemeinderat oder Politik in jeder Hinsicht ist noch sehr männerlastig und die Landwirtschaft, so wie du sie ausübst, auch. Ja, es ist im Wandel, muss ich tatsächlich sagen. Also als ich angefangen habe mit der Landwirtschaft, waren wir im Kurs zu zweit. Zwei Frauen und der Rest waren Männer und mittlerweile, jetzt wo ich Prüferin bin, sehe ich doch in jeder Prüfungsgruppe kommen mehr Frauen dazu und ich versuche dann auch immer die Frauen zu prüfen, weil die tatsächlich eine andere Herangehensweise an Probleme haben, wie sie Männer haben. Aber sie kommen dennoch zum Ziel, halt auf eine andere Art und Weise und das finde ich super spannend. Also wenn man erst einen männlichen Prüfling hat und dann einen weiblichen, diese Unterschiede dann doch zu sehen, obwohl wir ja immer stark darauf achten, dass es überhaupt keine Unterschiede gibt, aber die gibt es natürlich, nicht in der Gleichwertigkeit, sondern in der Gleichartigkeit. Es ist einfach keine Gleichartigkeit da, logischerweise. Und auch in der Politik, also wir haben tatsächlich jetzt mehr Frauen als früher, auch wenn tatsächlich die Altersstruktur noch ein bisschen verbesserungsfähig ist. Ja, wir arbeiten weiter mal dran. Hat sich da jetzt, oder verändert sich dann was für dich persönlich, wenn mehr Frauen in der Politik zum Beispiel sind? Also ist es dann für dich auch ein anderes Arbeiten in der Politik? Und inwiefern? Ja, absolut. Also die, wie ich es jetzt eben bei den landwirtschaftlichen Prüflingen schon angesprochen habe, die Herangehensweise an Probleme ist eine andere und auch die Aufteilung im Team ist eine andere. Frauen wollen halt irgendwie, dass es läuft. Die wollen sich nicht profilieren, die wollen, dass es läuft hinterher. Und da kommen ganz viele Komponenten dazu, wo Männer vielleicht jetzt erstmal gar nicht dran denken, was nicht schlimm ist, weil wir ja eine diverse Gesellschaft sind und jede Komponente hat ihren Wert. Und es ist tatsächlich so, wenn man mit Männern und Frauen zusammenarbeitet, kommen die besten Ergebnisse raus. Kann man zum Schluss so sagen. Nina, ich muss jetzt gerade nochmal was fragen. Tut mir leid. Aber man sagt doch immer so, ah, Frauen, keine Ahnung, Zickenterror, Konkurrenzthema. Ist das Thema? Ich beobachte es im Moment wenig, muss ich sagen. Aber das ist sehr, sehr persönlichkeitsabhängig, denke ich. Also früher, ich muss anders anfangen. Ihr kennt die Carolin Kebekus, die hat so ein wundervolles Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Das wurde uns ja ständig eingetrichtert. Es gibt nur Platz für wenige Frauen und davon müssen wir uns lösen. Also die hat es so schön herausgearbeitet in dem Buch. Und dass wir uns eigentlich nur bekriegen, dadurch, dass wir denken, es ist eine Mangelsituation da, die ja prinzipiell nicht da sein müsste. Da ist schon eine Frau im Vorstand. Das war es dann jetzt. Ja, genau. Der eine Platz ist weg. Genau, richtig. Von den zehn. Richtig. Und ich spüre schon, dass Frauen eingesehen haben, dass sie sich nicht wegbeißen müssen, sondern im Netzwerk und im Team viel besser funktionieren. Aber das mag auch in meinem Alter liegen, tatsächlich. Also früher hätte ich vielleicht auch eher gesagt, oh, da ist eine Frau, die sieht gut aus und die ist nett und total kompetent. Das ist ja eine Unverschämtheit. Und jetzt mittlerweile, wenn so eine Frau kommt, sage ich, oh super, mit der will ich befreundet sein, mit der will ich zusammenarbeiten. Also das ist eine andere Herangehensweise. Und ich meine zu spüren, dass es noch häufiger so ist. Was schön ist. Spannend, ja. Ich würde gerne noch mal was wissen zu deinen beiden Rollen. Einmal Landwirtschaft, einmal Politik oder Politikerin. Kannst du sagen, in welcher der beiden Rollen du stärker sein musst? Kann man das sagen? Also Schwäche zeigen ist insgesamt nie sehr gut. Für mich persönlich. Obwohl es wahrscheinlich sehr stark ist, auch mal eine Schwäche zu zeigen oder um Hilfe zu fragen. Das ist ja vielleicht eine typisch weibliche Eigenschaft. Männer können das ja noch weniger. Ja, oder einfach mal ein Problem zuzugeben oder irgendwie einfach eine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, ob ich stärker, ich glaube, am allerstärksten muss ich als Mutter sein. Die anderen Sachen gehen prinzipiell. Also als Mutter ist man ja dann tatsächlich noch mal emotional involviert und man muss auch gucken, dass jeder psychisch auf der Höhe ist und dass ständig jeder gesund und bunter und an seinem Platz sich befindet. Und das ist so eine riesengroße Aufgabe, wenn ich mir eine Aufgabe aussuchen könnte, wäre es natürlich die. Logischerweise. Alle anderen Sachen müssten dann hinten anstehen und warten. Es ist ja auch irgendwie so, man denkt immer, im Job ist man unersetzbar oder so. Aber wo man wirklich unersetzbar ist, ist in diesen, als Mutter oder in diesen familiären Beziehungen. Weil da geht es um die Person selbst. Ja, sicher, sicher, sicher. Es ist, Frauen haben ja immer das Problem, dass sie im Job tatsächlich ein bisschen kürzer treten wollen von Anfang an, weil sie sich um die Familie kümmern. Und da spielt ja dieses Mental-Load-Problem tatsächlich eine große Rolle. Man hat so hunderttausend Sachen im Kopf, die einen komplett blockieren. Ist jeder an seinem Platz? Wie gesagt, hat jeder seinen Turmbeutel? Habe ich Salat gekauft? War die U-Untersuchung schon? Oder die Impfung? Oder sind die Schuhe repariert? Hat jeder sein Geburtstagsgeschenk? Es sind hunderttausend Sachen. Wann muss ich wohin fahren? Und dieses ganze Paket haben halt viele Männer nicht. Aber ist das nicht auch ein Problem der Frau, dass sie das nicht abgeben können? Ein Stück dieses Pakets? Oder wollen die Männer es nicht mittragen? Also es gibt einen schönen Spruch, a working mom needs a wife. So ist es prinzipiell. Ich hatte einmal ein Erweckungserlebnis, da war ich wirklich im Mutterschutz, hatte mein drittes Kind bekommen und habe eine Betriebshilfe bekommen. Eine wundervolle Frau, Hauswirtschaftsmeisterin, die alle meine Aufgaben übernommen hat für diese zwölf Wochen Mutterschutz. Und da wusste ich exakt, die Kinder haben was Gesundes zu essen, die sind immer da, wo sie sein sollen, die haben gelernt, die sind glücklich, die haben gespielt, die hatten frische Luft. Alles ist immer erledigt und da konnte ich es erst mal, mit einem Baby, konnte ich es erst mal in den richtigen Gedanken fassen, seit einem Jahrzehnt gefühlt. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, das haben die Hälfte der Menschheit eigentlich immer. Oh mein Gott, wie toll ist das denn? Die männliche Hälfte der Weltmenschheit. Das wollte ich jetzt nicht dazu sagen, aber man muss sich vorstellen, man kommt einfach zur Arbeit und hat den Kopf frei. Oder man kann aus dem Haus rausgehen, hat den Kopf frei und kann alles geben. und das gibt es unmenschlich. Und der einem den Rücken frei hält. Ja, es ist unmenschlich, was Frauen oft leisten, die einen Haushalt haben und Kinder haben und noch berufstätig sind und die dann noch voll abliefern, vollsten Respekt. Das ist total klasse. Aber es ist schon krass, dass wir hier sitzen, 2022 und immer noch, oder naja, so lange wird noch gar nicht so offen darüber gesprochen oder so mit so konkreten Wörtern wie Mental Load, also diese, wie würde man das übersetzen, die mentale Belastung irgendwie. Ja, auch Verantwortung tragen für alles. Ja, aber auch. Das ist ja oft doch gar nicht, dass das, man kann ja sagen, du machst den Job, aber du musst beauftragen und sagen, die Verantwortung. Ja, genau. Dann hast du trotzdem noch den Mental Load. Genau. Ja, und die ganze, genau, die ganze, Belastung im Kopf. Diese ganze Care-Arbeit, die machen halt Leute, die das gut können und das sind halt die empathischen, die empathische Hälfte der Menschheit. Ganz ehrlich. Ich werde jetzt eklig, aber. Ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier jetzt, wir haben jetzt hier keine männliche Stimme, die sich verteidigen könnte, aber es ist schon auch bequemer, wenn man jetzt nicht die empathische Hälfte ist, dann hat man auch weniger zu tun. Ja, wobei ich mir denke, also in einem Beruf, also was mutet man im Prinzip auch Leuten zu, also ich sage jetzt nicht welchen, sondern einfach dem Familienmitglied zu, das tatsächlich das ganze Geld verdienen muss. Ja, es gibt ja Jobs, in denen man unheimlich viel Druck hat und diesen Druck, die ganze Familie finanziell zu versorgen, das ist auch nicht ohne. Das ist auch eine echt schwierige Aufgabe. Ich will da überhaupt kein, kein Blaming von Männern betreiben, um Himmels Willen. Ja, es ist nur diese, diese Aufteilung und diese, diesen Respekt, den ich vor den Frauen habe, die beides schultern, ist enorm. Man könnte es auch noch weiter drehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist auch eine sehr große Verantwortung, die Welt regieren zu müssen, also was ja auch überwiegend immer noch Männer machen. Klar, um Gottes Willen. Also alle Props an alle Staatschefs, die keinen Krieg anfangen. Also es wäre für alle leichter, wenn man es neu einteilen würde oder anders einteilen würde. Ja, inandinavischen Ländern klappt es ja häufig sehr gut. Ich wollte auch gerade sagen, es ist halt auch ein gesellschaftliches Problem, das muss man einfach auch sagen. Genau. Da muss auch die Gesellschaft irgendwie umdenken. Genau. Und da müssen wir jetzt dann echt bei den Töchtern anfangen. Hast du ja auch eine zu Hause, ne? Ja. Ein wundervolles Kind. Ja, richtig. Ja, aber was kann man denn einer Tochter mitgeben oder wie kann man es einer Tochter mitgeben? Ich meine, Erziehung, da könnt ihr jetzt mehr zu sagen, ist auch immer ein bisschen Glückssache. Also wie kann man, was muss man machen, welchen Knopf muss man heute drücken, um morgen eine starke Frau zu haben? Ja gut, man kann es vorleben. Das gesellschaftliche Teilhabe einfach von allen geschehen muss. Sonst kommen wir niemals weiter. Also meine Tochter ist gefühlt viel, viel, viel weiter, als ich in dem Alter war. Sie möchte Unabhängigkeit haben. Also ich muss ihr nicht sagen, bleib bitte um Gottes Willen auf jeden Fall unabhängig. Das will sie schon von sich aus. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Es gibt auch Problemchen, was wir früher nicht hatten. So diese Vergleichbarkeit auf Insta, dass man ständig seinen Körper schrecklich findet oder so viele Möglichkeiten hat, sich zu vergleichen. Das war ja zu unserer Zeit nicht so. Wir haben halt Sachen gelesen und Zeitschriften und so weiter. Aber ja gut, im Prinzip geht alles durch Vorbilder und Reden. Reden, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nichts. Kann man ja jetzt noch gar nicht sagen. Letztlich hat man es, glaube ich, auch nicht wirklich in der Hand. Man kann nur sein Bestes tun und dann ist es immer auch Ergebnis der Umwelt und der Gene. Richtig, richtig, richtig. Ich würde gerne noch mal auf die Schwäche zurückkommen. Also aus dem, was du eben so gesagt hast, auch als Antwort auf unsere Eingangsfragen, kam schon auch so ein bisschen negative Erfahrungen mit. Dass du oft angegangen worden bist und so weiter und dass du selbst ungern Schwäche zeigst. Gibt es einen Tipp, den du anderen Frauen geben kannst, wie man da durchkommt, wenn man angefeindet wird oder wenn irgendwas über einen erzählt wird, was nicht stimmt, gerade wenn man jetzt so wie du in der Öffentlichkeit steht? Man kann nicht viel machen. Also man kann versuchen, sich selbst stabil zu halten, aber gegen so Angriffe ist man prinzipiell fast machtlos, was nicht schön ist. Also wenn ich bedenke, was beispielsweise das Aussehen von Menschen betrifft, jeder hat so eine äußere Form, das kann man gar nicht vermeiden und dann gibt es eine gesellschaftliche Norm und wenn man von der abweicht, ist es schon mal schlecht. Und selbst wenn man sich in dieser Norm befindet, dann kann man noch schlecht angezogen sein oder der Rock ist zu kurz oder zu schlampig oder man hat zu viel Make-up oder zu wenig und wie sehen denn die Haare aus und so. Aber wenn man sich außerhalb von dieser Norm befindet, dass zum Beispiel Körper im Trend oder außerhalb des Trends sein können, wie abgefuckt ist das? Das kann prinzipiell gar nicht sein. Da muss man echt entgegenarbeiten. Wenn ich denke, diese Grünpolitikerin, wie heißt sie, Ricarda Lang, was die sich alles anhören muss, das ist unfassbar schrecklich. Da denke ich mir immer, ich möchte diese Menschen, die ständig nur auf dem körperlichen oder auf dem äußerlichen rumreiten, die will mir doch mal schütteln und sagen, mach mal Fenster auf Kipp, guck mal, was du hier sagst. Weil das, was sie da spricht, kann man ja durchaus kritisieren, aber es geht dann immer auf den Körper und das ist als Frau halt häufig so. Soll ich gerade sagen, Männer, da ist das eigentlich nicht so, ne? Nee, nee, so ein Altenmeier musste sich das nicht anhören. Wir sind beim Aussehen, du bist ja auch eine attraktive Frau. Ist es eher von Vorteil oder von Nachteil? Ja, genau das wollte ich eigentlich damit sagen, dass das keine Rolle spielt. Also prinzipiell kann alles falsch sein. Das Beste ist, man ist ein gut aussehender Mann. Alles andere ist eigentlich immer schlecht. Das hilft jetzt den Frauen überhaupt nicht. Aber wir sollten uns davon echt lösen. Also das darf kein Thema sein, auch für uns nicht. Sowas darf man eigentlich auch gar nicht fragen. Hast du dich schon mal diskriminiert gefühlt als Frau? Ja, Nee, ich habe mich noch nie diskriminiert gefühlt. Also wenn, wenn dann läuft es auf einer Sub-Ebene, die man nicht mitbekommt. Aber wirklich, Diskriminierung habe ich noch nie erfahren. Was schön ist. Gibt es denn nichtsdestotrotz Situationen, oder gab es die schon, in denen du dir vielleicht gedacht hast, wenn ich jetzt ein Mann wäre, wäre es leichter? Ja, es wären viele Dinge leichter als Mann. Aber nichtsdestotrotz möchte ich keiner sein. Was wäre denn zum Beispiel leichter? Man hat sofort einen Vertrauensvorschuss, beispielsweise. Also wenn man beispielsweise als Mann zur Tür reinkommt und sich hinsetzt, raumgreifend, wie manche Männer halt sitzen, dann nehmen sie sofort mehr, dann hat das Wort sofort mehr Gewicht, beispielsweise. Wenn, wenn Männer nicht ganz optimal vorbereitet sind und die überspielen, ist, da wird nicht sofort eingehakt. Also Mann sein ist bestimmt super, aber Frau sein ist viel, viel besser. Warum? Man hat ja die ganze Range an Möglichkeiten. Also man kann ja Mutter sein, beispielsweise, was der aller, aller tollste Job ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, diese Erfahrung zu machen. Einfach, ich sage jetzt mal, das ist sehr blumig, aber Leben schenken zu können und Dinge weitergeben zu können, das haben Männer logischerweise anatomisch schon gar nicht und man kann vielfältige Dinge umsetzen. Als Frau hat man ein extrem abwechslungsreiches Leben. Man kann sich zwischen ganz, ganz vielen Möglichkeiten entscheiden und das finde ich einfach traumhaft. Und so die Schwesternschaft zwischen Frauen, die auch schon mal vorkommt, ist auch ganz gut. Also es gibt nicht immer Konkurrenzkämpfe, es gibt auch Schwestern, die zusammenhalten. Eine Sache, die wir dich eigentlich schon viel früher im Gespräch fragen wollten, aber wir haben jetzt gehört, was du alles machst. Wie schaffst du das alles? Also, gibt es irgendeinen Lifehack? Das werde ich oft gefragt, aber ich habe mir Gedanken gemacht, ja, habe ich mir tatsächlich selber auch schon Gedanken gemacht, wie schaffe ich das eigentlich alles? Aber es geht ziemlich vieles parallel bei mir. Also ich kann tatsächlich im Büro sitzen und kann gleichzeitig ein bisschen meinen Haushalt betreuen oder ich kann in meinem Laden stehen und habe trotzdem die Kinder im Blick, etc. Oder es geht auch ziemlich viel auf Autopilot. Also wenn ich Auto fahre, ich fahre sehr viel Auto oder wenn ich Traktor fahre oder sonstiges und ich muss nicht so viel nachdenken, dann kann ich halt über andere Dinge nachdenken, zum Beispiel, was ich abends im Gemeinderat sagen will. Lesen tue ich überhaupt nicht mehr, ich höre das alles. Podcast? Nein, eigentlich höre ich Hörbücher tatsächlich, weil ich sehr, sehr gerne lese, aber ich lese nicht mehr. Ich lese immer nur noch Fachzeitschriften oder eben Sitzungsunterlagen und so, aber wenn ich Auto fahre oder Traktor fahre, dann kann ich auch mal ein Hörbuch hören und mir gehen Formulierungen ziemlich gut von der Hand, das geht relativ schnell und ich habe natürlich auch wunderbare Menschen, die mich unterstützen, das ist ja ganz klar. In so einer Großfamilien-Situation muss ich mich nicht um alles selbst kümmern und so funktioniert es eigentlich recht gut. Also das hat seinen Preis um Himmels Willen. Ich bin nie im Urlaub und ich habe fast keine Freizeit, was mich aber überhaupt nicht stört. Großartig, weil halt diese Selbstbestimmung da ist und ich kann selbst bestimmen, was ich machen will. Was natürlich dazu führt, dass ich ganz, ganz viel mache. Wahrscheinlich, wenn mir jemand sagen würde, tu dies oder das, dann hätte ich weniger zu tun. Aber das ist einfach so das Mindset. Und ja, ich habe alle schwierigen Hobbys aufgegeben, alle Extremsportarten oder nein, also gefährliche Tätigkeit mache ich gar nicht mehr, weil ich weiß, wenn ich ausfalle, dann wird es schwierig. Und so schlängele ich mich durchs Leben und es geht auch tatsächlich so, dass immer so viel auf mich zukommt, wie ich ertragen kann. Zauberhafterweise. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr zielstrebigen Leben auch irgendwo. Aber, weißt du, ich erinnere mich an eine Geschichte in unserem Vorgespräch, da hast du gesagt, ungefähr in die Richtung, du willst gar nicht so sehr dieses Bild nach draußen hängen, so, oh, die schafft alles, die kriegt alles hin, weil das für andere Frauen auch wieder nur Druck macht. so dieses, ach guck mal, die schafft das alles so locker und also, genau, du willst keine Powerfrau sein, hast du gesagt. Nee, überhaupt nicht. Also, ich mache es einfach so gut ich kann und ich weiß, dass ganz viele Frauen da draußen einfach genauso am Rackern sind und sich das Bein ausreißen oder bei mir sieht man es halt eher. Ja, also, ich will da überhaupt kein Role Model oder als Vorbild dargestellt werden oder so, sondern es ist einfach eins von vielen Komponenten, die man hat, eins von vielen Frauen, die da draußen rumlaufen und ich will eigentlich auch nur ermutigen, dass jeder auf seinem Posten eigentlich was Gutes macht. Ja, wenn jemand seine Kinder erzieht und denen beibringt, dass sie gleichwertig sind. Ja, das ist doch schon mal ein großartiger Beitrag zur Gleichberechtigung. Nicht nur, wenn man abends im Gemeinderat sitzt, um Himmels Willen. Ja, wenn jeder auf seinem Posten so eine Familienministerin kann gar nichts alleine machen, wenn nicht die Millionen Frauen hinten dran stehen würden. Oder es gibt ja wunderbare Feministinnen, die jetzt überhaupt nicht mehr in das Image passen, das sie früher hatten. Jetzt Emma Watson zum Beispiel oder halt auch die Carolin Kebekus. Wenn man sich auf die Schultern von der jeweiligen vorigen Generation draufstellt, dann kommt man halt auch irgendwann schneller vorwärts. Das muss ja nicht jeder von vorne anfangen, jeder klein anfangen, sondern wir müssen uns tatsächlich nach oben und schnell vorwärts bewegen. Sonst werden wir eine Bauchlandung erleben mit unserem Feminismus. Mit unserem, ja, aber jetzt, wenn du, also ich möchte, also Feminismus ist ja so ein mittlerweile gemischt besetztes Wort. Manche hören es ja gar nicht gern. Aber vieles, was du jetzt gesagt hast, würde ich schon sagen, das sind feministische Positionen. Also, beziehungsweise, wenn Feminismus heute so aussieht, dann möchte ich auch feministin sein. Aber es gibt auch tolle männliche Feministen, die das echt erkannt haben, wie viel Potenzial hinter den Frauen steckt. Mein Vater zum Beispiel, das ist in der Generation nicht, überhaupt nicht selbstverständlich. Der hat schon immer Frauen gefördert und hat uns schon immer alles zugetraut. Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir waren, wo wir sind, ist doch klar. Ich meine, klar, es geht A, nicht ohne die Männer und B, eigentlich muss das heute doch auch klar sein. Wir kriegen doch unseren ganzen Laden, unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Land überhaupt nicht mehr auf die Kette, wenn nicht alle ihren Teil dazu beitragen. Genau. Genau. Ja, diese Gegensätze, deswegen ist Feminismus natürlich immer ein Wort, das man eigentlich vermeiden will, weil wir kämpfen ja eigentlich schon zusammen für eine freie Gesellschaft. Wir haben ja, wir sehen ja, was rauskommt, wenn wir keine freie Gesellschaft haben, dann leiden wir nämlich alle irgendwann drunter. und ja, soweit dürfen wir kommen. Vielleicht noch ein bisschen die Hammerfrage zum Schluss. Haben wir jetzt eigentlich Gleichberechtigung schon erreicht oder noch nicht? Ja, auf dem Papier ja schon sehr lange. Faktisch nicht. Gut. Nicht gut, aber wir arbeiten da dran, oder? Ich würde halt gerne noch wissen, deine Ziele? Du, ganz ehrlich, das habe ich mir zwischendurch auch gedacht. Das würde ich auch gerne wissen. Was kommt als nächstes? Meine Ziele? Ja, was hast du noch vor? Große Pläne, irgendwas oder? Also prinzipiell will ich irgendwann mal kürzer treten, ne? Und den Stab weitergeben, weil so, so wie ich im Moment lebe, kann man das, das kann man nicht ewig aushalten. Das wird nicht funktionieren, aber ich will ein funktionierender Teil von dem ganzen Generationenkonstrukt sein. Das ist auch wieder so ein landwirtschaftliches Großfamilien-Ding. Ich will es einfach so gut machen, wie es geht und den Stab an die nächste Generation weitergeben und mich freuen, dass es dann so ist. Gibt es denn jemanden in der nächsten Generation, der den Stab nimmt? Steht das schon fest, oder? Ne, die nehmen alle den Stab, auf die eine oder andere Weise. Ja, also ich kann, das kann ich im Moment noch nicht sagen, die sind zu jung. Die können ihren Weg finden, die können machen, was sie wollen, Hauptsache sie sind selbstbestimmt und glücklich mit sich, dann bin ich auch glücklich. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Heute Abend noch Gemeinderatssitzung? Nein, ich habe noch zwei privatere Termine und dann ist tatsächlich Schluss. Ah nein, ins Rathaus muss ich auch noch. Gut, dass du es erwähnst. Also dann wünschen wir dir einen schönen Nachmittag und Abend und sagen danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war so ein Vergnügen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.